Hi, hier ist deine PTA Love Week am 13. Oktober. Knapp acht Monate hatten alle BürgerInnen Anspruch auf kostenlose Corona-Tests. Doch damit ist seit Montag Schluss. In den Apotheken sorgt die Änderung für Diskussionen. Zum einen, weil Nicht-Anspruchsberechtigte den Corona-Test selbst zahlen müssen. Und zum anderen, weil Impfunfähigen das Attest fehlt. Apropos Tests. Mit welchen Kosten müssen HerbsturlauberInnen eigentlich rechnen? Von 12 bis 120 Euro ist alles dabei. Die gute Nachricht, einige Länder haben Preisobergrenzen festgelegt. Insgesamt sechs Wochen haben die Apotheken Zeit, die längst verfallene Grippeimpfstoffe der vergangenen Saison an den DRV zu melden. Die Frist endet am 30. November. Apotheken haben über das NNF-Portal verschiedene Möglichkeiten, die Eidlasten zu melden. Aber Vorsicht! Wer noch nicht im Portal registriert ist, sollte mit einer Registrierungszeit von etwa 10 Tagen rechnen. Tränen kann es in Punkto Urlaub geben. Denn wie viele Urlaubstage dir bei einem Jobwechsel zustehen, hängt von dem Zeitpunkt der Kündigung ab. Wer erst in der zweiten Jahreshälfe die Segel streicht, hat in der Regel Anspruch auf den vollen Jahresurlaub und kann verbliebene Tage auf den neuen Job übertragen. Ob Cremes, Seren oder Make-up. Kosmetik- und Pflegeprodukte haben in der Apotheke einen festen Platz. Die Expertise von PTA ist gefragt, denn in mehr als 8 von 10 Apotheken sind sie die Expertinnen, wenn es um Kosmetik und Pflege geht, wie eine neue Aposkop-Umfrage zeigt. PTA arbeiten unter Aufsicht, auch wenn ihnen eine Abzeichnungsbefugnis erteilt wurde. Ganz vogelfrei sind PTA trotzdem nicht, denn die endgültige Rezeptkontrolle liegt bei den Apothekerinnen. Rezepte, die in der Apotheke verbleiben, müssen unverzüglich zur Kontrolle vorgelegt werden. Privatrezepte, die die Apotheke verlassen, müssen vor Abgabe vorgezeigt werden. Das war's von uns für diese Woche. Tschüss! Das war's von uns für diese Woche.